Magisches Schloss! Oh oh! Was war das? Seltsam! Ah, ein Gespenst! Ich stecke fest. Ich bin in Sicherheit. Oh, du meine Gitarre. Was ist denn hier los? Barbie? Äh, Barbie? Barbie, was ist passiert? Und, äh, was ist hier los? In meinem Zimmer wohnt ein Gespenst. Wo ist das? Wo ist das? Wahrscheinlich versteckt es sich unterm Bett. Hier ist nichts. Also ist es im Schrank. Ähm, Barbie? Ich sehe hier nichts als Unordnung. Also, mich wundert es nicht, dass in so einem Saustall jetzt auch ein Gespenst wohnt. Was willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir hier ein bisschen aufräumen sollten. Und ab in den Schrank. Hey, helf auch mal mit. Hier, kannst du die Taschen wegpacken. Was machen deine Schuhe auf dem Regal? Gib mal her. Hm, tatsächlich. Ich habe ja schon eine Ewigkeit nicht mehr aufgeräumt. ... Ach jemini! ... Irina, hilfst du mir, das Bett zu machen? Klar doch. Na also. Wahnsinn. Ich habe ja schon ganz vergessen, wie schön das hier sein kann. Wir haben gute Arbeit geleistet. Lass uns einen Tee trinken. Super, ich mache uns dann einen Tee. Barbie! Das Gespenst, das Gespenst! Mach, dass du wegkommst! Ah! Barbie! Barbie! Geht's dir gut? Jetzt war es in der Küche. Ich hab's gesehen! Von welchem Gespenst sprichst du die ganze Zeit? Aber ich hab's doch gesehen! Es ist... Ah! Da hinten ist es! Ähm... Wo? Ich sehe hier auch nur einen Saustall. Du hast recht! Wir müssen dringend aufräumen! Hau! Wo? Oh, ich sehe hier auch! Hau! Wauw! Wie ist denn! Suki! Das Geschirr spülen wir auch. Irgendetwas sagt mir, dass dort, wo Unordnung herrscht, Gespenster wohnen. Ja, ja, du hast recht. Ich habe das verstanden. Wow. Lass uns jetzt unseren Tee trinken. Geil. Oh oh. Hm? Wer ist da? Oh, nichts, nichts. Ich sehe hier nichts als Ordnung. Ich hoffe, bei dir ist es auch schon ordentlich. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.